Für den Mord an einer 27-jährigen Joggerin in Ending bei Freiburg ist ein 40-jähriger Lastwagenfahrer zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Darüber hinaus sprach sich das Landgericht Freiburg für eine anschließende Sicherheitsverwahrung unter Vorbehalt aus. Das Gericht befand den rumänischen Staatsbürger der besonders schweren Vergewaltigung und des Mordes für schuldig. Der Täter hatte bereits im Prozess seine Schuld eingeräumt. Die 27-jährige Joggerin war Ende November 2016 in einem Waldstück in den Weinbergen von Ending vergewaltigt und ermordet worden. Das Gericht folgte in seinem Strafmaß der Staatsanwaltschaft und der Nebenklage. Der Verteidiger hatte auf Totschlag plädiert. Der 40-jährige Mörder soll auch für einen weiteren Mord an einer 20-jährigen Französin im österreichischen Kuhstein verantwortlich sein. Der Mord an einer Joggerin hatte für Entsetzen in Ending gesorgt und große Verunsicherung in der Bevölkerung ausgelöst.